Das Hotelvorhof zur Hölle hier auf dem Schuhhof? Da gehe ich doch nicht rein, da erwartet mir nichts Gutes. Aber ich traue mich trotzdem. Hallo Frau Rasche. Hallöchen. Das ist übrigens meine Verabredung. Corinna Rasche ist eine Hexe. Genau, eine Harzhexe. Eine Harzhexe. Und Sie sagen gar nicht, nein, 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 das stimmt nicht, sondern Sie sind es wirklich. Und ich bin stolz drauf, ja. Mit Besen? Ja, den habe ich zu Hause. Aber heute mal nicht zu kalt für den Besen. Also keine Fliege-Experimente. Das geht nicht gut. Sehen Sie für mich schon irgendwas an den Karten? Nein, noch nicht. Dann müssten Sie selber mal mischen. Muss ich mischen? Ja, das sollte jeder selber in der Hand haben. Frau Rasche, wie ist denn das eigentlich? Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie Hexenqualitäten oder hellseherische Fähigkeiten haben? Schon lange. Ganz klein war ich. Also ich war sechs Jahre, da fing das alles an. Als Kind schon? Ja, als Kind, genau. Was ist da passiert? Wir haben hier Romy gespielt. Wir haben hier Romy gespielt und in den Romy-Karten habe ich dann, wenn wir die aufgenommen haben, da habe ich dann die Bilder gesehen und habe gesagt, oh mein Gott, Tante Karin hat einen Freund. Wir hatten eine Nachbarin, das war so eine ganz starke, korpulente Frau, die war lange Zeit Single und hat dann tatsächlich jemanden kennengelernt und das hat sich nach drei Tagen bewahrheitet. Das habe ich so in den Karten gesehen. Erst mal war es heimlich, aber dann, als Corinna sagte, sie hat einen, wussten es alle. Wussten es alle, genau. Und wir haben uns alle gefreut. Da ging das theoretisch los. Man hat in verschiedenen Varianten, nicht regelmäßig, nicht täglich, beim Kartenspielen, was wir sehen. Und hinterher ist natürlich auch rausgekommen, dass die Mutter gesagt hat, das hast du von der Tante. Das hast du geerbt. Die Tante hat damals mit Kräutern geheilt. Die hat auch Karten gelegt. Das kannst du nur von der haben. Was sehen Sie denn jetzt über mich? Ja, gute Freunde sehe ich jetzt erst mal. Viele Freunde um sich drum herum. Das ist hier, dass man im häuslichen Kitesbereich, da wo man wohnt, Freunde hat. Die sind nämlich demnächst auch ganz dolle wichtig, weil hier steht ein häuslicher Schaden drin. Also das heißt, zu Hause geht was kaputt. Vielleicht muss jemand kommen, um das zu reparieren. Und da hat man den passenden Freund zu. Dass man anruft und sagt, pass mal auf, bei mir ist zu Hause was kaputt gegangen. Ich brauche jetzt dringend jemanden, der das mal macht. Und sofort sind sie da. Noch habe ich keinen Klempfner im Freundeskreis. Wir nehmen alle linke Hände. Aber vielleicht wird das noch. Das wird schon. Das wird schon. Da findet sich immer jemand. Glauben Sie, die Adventshöfe in diesem Jahr hier in Quedlinburg, wird der Besucherrekord gebrochen? Was sehen Sie? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich vom intuitiven Bereich würde ich sagen, ja. Weil wir haben eine andere Aufstellung eigentlich auch. Und viele, viele Kunden oder Besucher sagen, es sieht richtig toll aus. Das ist anders als im vorigen Jahr. Und wenn ich jetzt mal die Öffentlichkeit hier rausnehme, das mal richtig reinlege, würde ich sagen, wir könnten im Bruch sein. Also, dass wir wirklich die Rekordzahl drüber kriegen. Ja, dass es besser wird. Das sieht gut aus. Das glaube ich auch, weil was hier los ist. Das ist gut. Das ist gut.